Yes, ladies and gentlemen, ich verfolge euer Voting mit großer Spannung, das ist schon unglaublich, was da abgeht. Einige hauen dermaßen auf die Kacke und sehr, sehr geil, aber andere denken, das ist irgendwie, die können sich hängen lassen, ja. Und gerade einige meiner Favoriten, Jungs, haut rein, nicht 100%, 150%, geht da raus und besorgt euch Leute, die für euch voten, ja. Ja, weil das geht hier alles fair ab und derjenige, der die meisten Stimmen hat, der wird spielen, das könnt ihr euch sicher sein. Also, auch kein Freundschaftsbonus oder sowas, ja. Also, bis dahin. Achso, ja, und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann votet auch gleich immer nochmal für den Newcomer, ja, für die 1Live Corona. Also, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ich den Preis bekomme, weil das wäre auch mein erster Preis. Okay, ich freue mich. Bis dann. Ciao, Dele.